Hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir diese unscheinbare Motoransteuerung hier. Von der Unterseite sieht sie jetzt auch nicht so viel spannender aus. Es ist eher interessant, für was für Motor sie ist. Nämlich für diesen hier. Für eine Turbomolekularpumpe. Ja, das ist erst mal ein Wort. Das ist eine Vakuumpumpe, mit der man auch ein sehr gutes Hochvakuum erreichen kann. In dem Fall ist die hier von Leybold eine Turbo VAC50. Definitiv eine der kleineren dieser Art. Die funktioniert an sich wie eine Turbine. Das können wir uns sicher nachher noch etwas genauer anschauen. Und damit sie funktioniert, braucht sie eine sehr große Drehzahl. Da reden wir hier von 72.000 Umdrehungen pro Minute. Das sind bei einer Polpalzzahl von 1 1,2 KHz. Das ist natürlich mit den 50 Hz aus dem Netz nicht vergleichbar. Und auch die Strangspannung hier ein bisschen anders. Und deswegen gibt es eben dieses Motorsteuergerät hier. Das habe ich mir vom Erik ausgeliehen. Ist leider defekt. Deswegen müssen wir es erst noch reparieren. Wie ihr sehen könnt, er hat schon selber hier ein paar Reparaturen durchgeführt. Aber ist noch nicht fertig. Und deswegen schauen wir uns das dann an. Natürlich ist es immer schwierig, wenn Sachen schon mal darin rum gemacht wurden. Aber da habe ich keine Bedenken, dass wir das hinkriegen. Natürlich können wir für diesen Motor auch ein eigenes Motorsteuergerät bauen. Aber wenn wir das schon hier haben, warum nicht reparieren, wäre ja schade drum. Natürlich sind in dieser Ansteuerung noch Anlauf und weitere Schutzschaltungen implementiert. Ist auch nicht ganz uninteressant. Die Pumpe selbst stammt aus einem Helium-Lecksucher. Und deswegen ist das hier auch ganz ohne zusätzliches Gehäuse. Das ist eher zur Integration in ein Gerät gedacht. Aber das stört uns ja soweit nicht. Dann holen wir mal die Elektronik aus dem Gehäuse raus. Dann können wir uns etwas genauer anschauen. Da haben wir nun beide Platinen, wie ihr sehen könnt, eine Mischung aus THT und SMT. Auch aufgeteilt hier mit dem Leistungsbereich, mit den Haltbrücken und den Geldansteuerungen. Und hier hauptsächlich Logik mit ein bisschen Netzteil. Erik selber hat zum Beispiel hier schon ein paar Leiterbahnen repariert und diese Elektrolyt-Kondensatoren ausgetauscht. Außer diese kleinen. Die haben wir dann noch nachträglich erneuert. Das ist auch ein häufiges Problem, leider gerade aus der Zeit. Die SMT-Elektrolyt hier, die laufen sehr gerne aus und beschädigen dann die Platine. Entweder durch Korrosion oder auch die Schaltungsteile durch dementsprechende Kriechströme, die dann auch nicht mehr richtig funktionieren. Und vermutlich so wird auch der Defekt entstanden sein. Es ist noch ein bisschen unklar, was genau passiert ist. Aber irgendwie muss aus dem Leistungsteil in Strom zurückgeflossen sein, über die Geldansteuerung bis hier rüber zum Logikteil. Nämlich da sind auch einiges an Transistoren wirklich sehr stark zerstört. Hier wurde auch die Leiterbahn sehr stark angegriffen. Und deswegen ist hier schon ein bisschen was modifiziert. Wir haben uns das live schon ein bisschen angeschaut. Da haben wir auch mal Spannung eingespeist und mal geschaut, welche ICs denn auch so warm werden. Da konntet ihr ja auch schon sehen, dass manche doch sehr, sehr, sehr warm wurden. Deswegen fehlen hier schon mal einige. Aber die hatte ich dann noch nicht da. Insbesondere müsste ich einiges der Teile da haben. Und dann können wir da schon mal etwas weitermachen. Leider gibt es von diesem Gerät selber keinen Schallplan. Aber von einem sehr bauähnlichen gibt es einen. Und da können wir sicher nutzen, um ein paar Sachen zu vergleichen, wie sie sein. Und das sollte dann auch kein Problem darstellen. Ich habe die beiden Platinen hier noch auf ein Holzstück mit draufgeschraubt. Da können wir es ein bisschen einfacher handeln. Und wir beanspruchen diese Flexverbindung hier zwischendrin. Ich glaube, wir werden sie sicher häufig mal umdrehen müssen und so weiter. Dann wäre das blöd, wenn die natürlich hier auch noch kaputt gehen würden. Einer wird es schon wieder gesehen haben. Hier sind auch wieder ein paar Riva-Kondensatoren drin. Die tauschen wir natürlich dann auch noch aus. Hier haben wir mal die ähnliche Variante von Wima drin. Aber die sind erstmal nicht so kritisch. Die machen für uns erstmal keine Probleme. Da ist erstmal hier die Halbleitelektronik wichtiger. Noch zum Defekt selbst. Ein paar Vermutungen. Das Problem, was wahrscheinlich sein wird, ist, was wir bisher auch gesehen haben, ist, dass vermutlich die Spannung über eines dieser Logik-ICs hier auch auf die Versorgungsspannung übergegangen ist. Das bedeutet, vermutlich gab es auch eine Überspannung der Versorgungsspannung. Und das könnte auch bedeuten, dass hier sehr, sehr viel mehr ICs in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Das könnte sich noch als etwas schwierig vielleicht herausstellen. Aber da müssen wir einfach mal schauen, was denn wirklich alles kaputt ist. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, wie man da rangehen kann. Die einfache Variante ist, man tauscht einfach alle ICs durchweg aus. Dann bauen wir die Schaltung effektiv komplett neu auf. Das ist natürlich jetzt auch nicht mit wenig Aufwand verbunden. Und ein paar Komparatoren sind auch ein bisschen schwer zu bekommen. Und ohne genau zu wissen, warum jetzt da an manchen Stellen welche ausgewählt wurden oder unterschiedlich ausgewählt worden sind, macht es auch nicht so einfach, da unbedingt jetzt gleich einen Ersatz rauszusuchen. Da ist es vielleicht interessant, einfach mal zu schauen, was denn wirklich effektiv kaputt ist. Ist in den meisten Fällen hier auch nicht so kompliziert. Ja, man kann hier relativ einfach herausmessen, ob ein Operationsverstärker oder ein Logik-Gatter oder ein Transistor noch funktioniert. So bekommt man auch ein bisschen besseres Verständnis, was eigentlich in der Schaltung passiert. Aber vermutlich, wenn das wirklich wahr ist, dass uns hier wirklich die Versorgungsspannung weggelaufen ist, dann werden wir wahrscheinlich doch einiges austauschen müssen. Also allein diese ganzen Inverterstufen hier, die werden alle wahrscheinlich neu müssen. Um jetzt herauszufinden, welche ICs kaputt sind, können wir das so machen, wie wir es jetzt auch schon im Livestream gemacht haben, indem wir hier einfach Spannung einspeisen und einfach mal schauen, welche ICs warm werden. Da braucht man jetzt nicht unbedingt eine schicke Wärmebildkamera. Das kann man manchmal auch einfach mit den Fingern machen, halt aufpassen, mit dem typischen ER-Finger oder mit etwas Alkohol geht das natürlich auch. Und sonst muss man einfach die Funktion der ICs durchgehen. Der Vorteil so ist halt, man kann vermeiden, dass man noch weiter beschädigt, indem man einfach nur langsam die Spannung erhöht dementsprechend. Auch noch wichtig anzumerken, das läuft hier auch mit Netzspannung, also Vorsicht. Gerade die Berührspannungen hier sind nicht ungefährlich. Gerade beim Testen sollte man da sehr vorsichtig sein. Aber der Vorteil ist, hauptsächlich werden wir erstmal nur die Logik hier testen, ohne die Brückenspannung. Das ist auch meistens erstmal noch nicht notwendig. Wir können uns den aktuellen Stand jetzt nochmal im Wärmebild anschauen. Dazu speisen wir jetzt hier 12 Volt ein in den Linearreglern LM317. Und da können wir noch schauen, was denn hier noch heiß wird. Wir haben jetzt hier noch eine Diode, die heiß wird und noch ein paar ICs. Natürlich bedeutet das nicht, dass der Rest jetzt absolut okay ist, aber es ist mal eine klare Indikation, was noch ein Problem ist. Und denke ich auch mal ganz interessant zu sehen. Also dann schalte ich mal das Netzteil an. Und da könnt ihr schon sehen, dass die Temperatur schnell sehr hoch ansteigt. Ich schalte jetzt wieder ab, bevor was kaputt geht. Also das ist auf jeden Fall mal nicht normal. Da müssen wir auf jeden Fall schauen, was da noch nicht funktioniert. Dann denke ich, schauen wir mal kurz den Schallplan und machen uns einen Überblick, was wir denn eigentlich wirklich genau vor uns liegen haben. Wenn wir schon die Möglichkeit haben, einen zumindest mal groben Schallplan hier zu haben. Ich habe hier mal den Schallplan von der Logikplatine und vom Leistungsteil ausgedruckt. Wenn ihr euch das Layout hier mal anschaut, seht ihr schon, das ist deutlich anders als die Platine selbst. Das heißt, der Schallplan wird sich hier nicht wirklich hundertprozentig decken, aber viele Schallungsteile sind sehr, sehr ähnlich. Ich denke, es hilft vor allen Dingen zu veranschauen, was hier eigentlich passiert. Ich werde auch gleich versuchen, mal die Defekte einzuzeichnen. Dann kann man ein bisschen besser nachvollziehen, was hier eigentlich passiert ist und was ich da eigentlich mache. Es hilft schon mal ungemein, zumindest einen groben Schallplan zu haben, wie es eigentlich aufgebaut sein könnte. Als wenn man gar nichts hat, dann müsste man ein bisschen mehr zurückverfolgen. Aber zum Glück sind solche Motoransteuerungen jetzt nicht unfassbar kompliziert. Ich habe es auch extra etwas größer ausgedruckt, damit man es auch gut lesen kann. Dann schauen wir uns das im Schallplan etwas im Detail an. So mal als grober Überblick. Wir haben hier ein Netzteil. Das ist bei uns jetzt ein bisschen anders aufgebaut. Wir haben hier wirklich ein Linearnetzteil. Hier ist es ein Schallnetzteil, aber das ist auch nicht weiter tragisch. Dann haben wir so ein bisschen analoge Verarbeitung, Geschwindigkeit, Temperatur und Strom. Und hier so etwas die digitale Logik, Taktgenerierung und so weiter. Und die Ansteuerung für die Gate-Treiber. Auf der nächsten Seite haben wir unsere Leistungsstufe. Auch sehr einfach unsere drei Phasen mit den Leistungs-Mosfets und dann dementsprechend die Gate-Treiber. Mehr ist es nicht. Auf der dritten Seite ist nochmal ein bisschen Steuerungselektronik. Das ist hier bei dem eine separate Platine gewesen. Bei uns ist das höchstwahrscheinlich integriert und auch ein bisschen anders aufgebaut. Dann ist es immer empfehlenswert, wenn man etwas versucht zu reparieren, auch herauszufinden, warum etwas kaputt gegangen ist. Also nicht nur die Symptome bekämpfen, sondern auch die Ursache finden. Denn sonst weiß man ja nicht, ob man es längerfristig repariert hat, ob irgendwo ein anderes Problem herrscht, das man noch nicht gefunden hat. Deswegen ist es sehr sinnvoll herauszufinden, was denn wirklich die Ursache war. Bei vielen Sachen ist es vielleicht sehr offensichtlich. Dann braucht man da nicht weiter suchen. Aber hier ist es auf jeden Fall sinnvoll und auch generell nicht schlecht. Ich habe mal ein paar Sachen im Schallplan markiert, die mir so aufgefallen sind. Und ich glaube, ich habe eine relativ gute Idee, was hier passiert ist. Hier habe ich mir noch gar nicht angeschaut, was hier alles kaputt ist. Schauen wir uns erstmal die offensichtlich Defekte an, wo wir sehen können, dass wirklich der magische Rauch entwichen ist. Und wir definitiv wissen, dass dort Strom geflossen ist. Dieser Stromfluss kann auch immer einmal sehr gut Ausschluss darauf geben, was denn passiert ist. Schauen wir uns mal erst die Bereiche an, wo auch wirklich offensichtlich was passiert ist. Das ist hier einmal beim Gate-Ansteuerung für die Gate-Treiber. Da ist der Widerstand und die zwei Leistungstransistoren sind abgebrannt, inklusive ein bisschen Leiterbahn. Und dann hier vorne war auch wirklich die Leiterbahn stark beschädigt. Das hat der Erik schon repariert und eine Durchkontaktierung und so weiter war hier auch kaputt. Das sind auf jeden Fall offensichtlich fehler. Ihr seht auch noch hier einiges der Schmauchspuren. Schauen wir uns das kurz im Schallplan an. Da haben wir einmal hier die Gate-Treiber-Transistoren. Egal welche, ich glaube eigentlich sind sie oben, aber äquivalent ist es jetzt erstmal betrachtet hier. Das müsst ihr ignorieren. Die sind auf jeden Fall komplett defekt gegangen. Das heißt, wir wissen auf jeden Fall, dass ein Strom von hier oben hier reingeflossen ist. Der kann jetzt verschiedene Wege genommen haben. Der EC selber hier, der ist sogar noch drinnen. Es ist den anderen, haben wir hier herausgenommen. Der hat zumindest mal auf der Versorgungsspannung keinen Kurzschluss. Das heißt aber natürlich nicht, dass dieser auch nicht über die Basisanschlüsse dementsprechend was abgebekommen hat. Interessanterweise haben sie hier nicht mehr noch einen Widerstand dazwischen. Normalerweise sollte man das. Da muss man natürlich aufpassen, dass man die Gatter hier nicht überlastet mit der Basiskapazität und noch vieles mehr. Aber es ist natürlich auch ein Bauteil, was man sich sparen kann, wenn man es nicht braucht. Also wir haben auf jeden Fall, dass mal hier ein sehr starker Strom geflossen ist. Und der muss irgendwo hin. Das wisst ihr ja. Ein Stromkreis ist immer geschlossen. Der kann nicht einfach ins Nichts. Also der muss hier reingegangen sein. Das kann jetzt natürlich entweder über den Emitter, auf den Kollektor oder auf die Basis übergegangen sein. Je nachdem, welcher hier durchbricht. Da beide Transistoren sehr beschädigt sind, kann der Strom verschiedenste Wege gegangen sein. Aber es ist auch sehr wahrscheinlich, dass er hier oben auf die 10 Volt versorgen gegangen ist. Das würde auch erklären, warum so viele weitere EC sehr stark beschädigt sind. Ihr seht das zum Beispiel hier. Hier habe ich mal ein Fragezeichen an dieses Logik-Krater hier dran gemacht. An den 4081. Wenn ihr da mal oben hinschaut, da ist schon so ein verdächtiger Krater. Ja, der hat zwar noch keinen Kurzschluss direkt, aber ist ja mal sehr verdächtig. Das sollte auf jeden Fall nicht sein. Und viele andere ECs sind auch dementsprechend heiß. Ja, wir sehen zum Beispiel, dass das andere Logik-Krater hier, der Buffer, dementsprechend auch beschädigt war. Obwohl der ja vielleicht gar nicht direkt diesen Stromfluss abbekommen hat. Ja, es sind überall nochmal Widerstände dazwischen. Die würden natürlich auch viel dieses Stromes erstmal etwas bremsen. Also wissen wir auf jeden Fall mal, dass sehr viel Strom von dir oben gekommen ist. Und ja, sehr wahrscheinlich auf die Versorgungsspannung übergegangen ist. Und dementsprechend alle ECs, die an diesen 10 Volt dranhängen, in Mitleidenschaft gezogen hat. Wir haben auf der Platine ja noch gesehen, dass so ein Widerstand heiß war. Nicht ein Idiot, das habe ich erst falsch gesehen. Das ist hier bei der Spannungsreferenz hier unten. Das müssen wir uns noch anschauen. Da kann sein, dass hier irgendein Bauteil dranhängt, dass die kurz schließt. Oder der eigentliche TL431 hat ein bisschen was abbekommen. Jedenfalls ist die aktuelle Hypothese, dass wir auf jeden Fall auf der Versorgungsspannung dementsprechend eine Überspannung hatten. Und dann dementsprechend hier wahrscheinlich noch weitere Gatter und Op-Ams dementsprechend ausgestiegen sind. Jetzt ist noch die Frage, wo kommt der Strom her? Ja, natürlich aus dem Leistungsbereich. Jetzt schauen wir uns mal an, wo der denn herkommen könnte. Im Leistungsbereich kommen die Gatesignale hier unten an und werden dann dementsprechend auf die Stufen verteilt. Noch haben wir festgestellt, dass dieser Buffer und dieser Buffer defekt sind. Zumindest haben sie den Schluss auf der Versorgungsspannung. Das sind diese zwei hier, die jetzt schon fehlen. Und da, wo der Defekt aufgetreten ist, ist es auch auf einer Low-Seite. Wir haben immer die High-Seite und die Low-Seite, also Aufpotenzial und eine alte Erde. Und hier hinten haben wir den Defekt. Das ist diese Leitung, die von den Zwei-Transistoren kommt. Das ist hier direkt angekoppelt. Dann schaut man natürlich erstmal, wo kann jetzt hier Strom hineinkommen. Dann gehen wir erstmal hier zum Gate-Treiber. Dann sehen wir hier einen 220-Pyko-Frat-Kondensator. Der ist jetzt nicht allzu groß, ist generell relativ hochohmig hierfür ausgelegt. Der koppelt das Gate-Signal hier ein. Das heißt, eigentlich im DC-Fall solltet ihr erstmal nichts durchlassen. Natürlich kann es sein, dass der einen Schluss hat. Der sieht hier auch nicht mehr so schön aus. Ich vermute auch, der ist auch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Aber ich glaube erstmal nicht, dass dieser das Problem sein sollte. Dann habe ich weiter überlegt. Dann gucke ich mir das hier unten an. Und dann so, ah, ja, wenn ihr das hier anschaut, dann seht ihr natürlich, dass dieses VIA hier sehr nah an dem positiven Anschluss dieses Elkos hier sitzt. Dann schauen wir mal an, welcher Elko das ist. Ich habe erst gedacht, das wäre der Stützkondensator hier an der unteren Gate-Spannungsversorgung. Nein, das ist er nicht. Das ist der hier oben. Wenn ihr ihn schaut, nämlich der hier unten ist nur 10 Mikrofahrrad. Hier ist es ein 6,8 Mikrofahrrad auf der Platine. Aber hier oben, da haben wir 100 Mikrofahrrad eingezeichnet. In dem Fall haben sie hier einfach zwei 47er parallel. Dann seht ihr sofort, ah, das ist auf der High-Seite hier oben. Zwischen diesem Punkt, ja, dieser Punkt ist dieser positive Anschluss und dieser Punkt hier unten, das ist dieses VIA hier unten direkt neben dem Kondensator. Da liegen nur ein paar Millimeter dazwischen, aber natürlich hier die volle Brückenspannung. Ja, das ist hier auf Potenzial dieser Punkt. Der geht dementsprechend mit dem Rechteck und der Ansteuerung des Motors hoch und runter. Somit auch dieses Potenzial hier. Deswegen wurde das auch über einen Gate-Transformator galvanisch getrennt. Der zeugt sich auch hier selbst seine Versorgungsspannung. Also haben wir einen Schluss bekommen von der effektiven positiven Versorgungsspannung auf diese Leitung. Da ist dementsprechend viel Strom geflossen und dieser Strom ist dann runter zur Logikplatine über die Gate-Treiber-Transistoren geschossen. Also wissen wir auf jeden Fall mal, wo es herkommt. Ist auch klar, wir haben hier auch eine sehr starke thermische Belastung gehabt. Da sind wir uns relativ sicher, dass dort der Fehlerstrom langgegangen ist. Also hat der Strom sich den Pfad von hier oben. Da kann natürlich jetzt noch einiges kaputt sein. Sehr wahrscheinlich ist es hier über den Elektrolyt-Kondensator geflossen oder hier über die Dioden dementsprechend. Ja, wenn ihr euch das hier anschaut, über diesen Punkt hier direkt über die Dioden, über diesen Punkt auf diese Leitung. Von dieser Leitung dann, oh, den Schatten habe ich gar nicht mehr hier. Und dann kommt der Strom hier zurück in die Transistoren und wahrscheinlich auf die Versorgungsspannung. Zum Glück sind das hier hauptsächlich ja diskrete ECs, keine riesen Exoten dabei. Ein paar sind wirklich noch ein bisschen schwer zu bekommen, aber die meisten Logik- und Op-Ams und Komparatoren sind jetzt kein Problem. Die meisten können auch ein bisschen höhere Spannung, aber gerade die Logik-Gatter, da ist absolut Maximum-Rating. Da sind wir bei 18 Volt Schluss. Und wenn hier schon wirklich hier vorne die Buffer ausgestiegen sind und hier das Logik-Gatter, dann werden wir dementsprechend da auch Spannung gehabt haben. Natürlich werden auch sowas wie Elektrolyt, die auf der Versorgungsspannung sitzen, auch dementsprechend mitgenommen sein. Jetzt ist noch die Frage, ja warum schlägt jetzt hier diese Spannung über? Ja klar, es ist jetzt nicht gut. Also muss generell sagen, das Layout ist hier drauf jetzt nicht unfassbar genial, aber ein paar Millimeter Abstand, die paar hundert Volt, die man dort hat, die sollten da trotzdem isoliert sein. Das Problem war ja natürlich, dass diese Kondensatoren ihr Elektrolyt verloren haben. Und das haben sie auf der Platine verteilt. Und dieses Elektrolyt ist natürlich leitend. Das heißt, an der Stelle, wo es eh schon sehr eng ist, haben wir dann auch noch so ein Potenzial. Und dann über die Zeit und Korrosion und so weiter, kriegen wir dann irgendwann da einen Kriegstrom hin. Und das wird halt immer schlimmer, bis es dann mal endlich durchschlägt. Also wissen wir jetzt auch, warum es passiert ist. Elektrolyt-Kondensator sind ausgelaufen. Distanz war schon eh nicht so groß. Und es war dann der letzte Rest, der noch gefehlt hat, dass es dann hier dementsprechend zu einem Überschlag kommt. Ja, vielleicht nicht bei den Spannungen, aber auf jeden Fall zu einem sehr großen Fehlerstrom, der dann dementsprechend hier Schaden angerichtet hat. Da kann jetzt doch ganz schön viel kaputt gegangen sein. Ja, gerade hier die ganze Logikplatine effektiv. Je nachdem, wie man jetzt repariert, könnte man sagen, wir müssen alle ICs austauschen. Ja, das wäre auch meistens sinnvoll, weil man sieht häufig nicht, ob ein IC zum Beispiel nur einen kleinen Defekt hat. Ja, weil die Spannung vielleicht gerade so an der Grenze war, was er noch aushält. Und dann vielleicht ein paar Transistoren jetzt innen drin weggelaufen sind. Ja, es kann sein, dass die Schaltung funktioniert, aber einen gewissen Arbeitspunkt, wo vielleicht die Performance nicht mehr da ist oder noch ein neuer Fehler auftritt. Also wäre es auf jeden Fall sinnvoll, alle ICs zu tauschen. Aber das ist natürlich mit einem gewissen Aufwand verbunden. Und es ist auch mal interessant, einfach mal Stück für Stück durchzugehen und zu schauen, wo denn so die Probleme sind. Kann man vielleicht ein bisschen abkürzen. Also würde man das seriös machen, ist das eher ein Totalschaden, wenn es jetzt nicht unersetzbar ist. Die zwei Optionen hätte man da vielleicht. Ja, alles tauschen oder Neues kaufen. Aber das ist für uns hier keine Option. Da versuchen wir unser Bestes und dann kriegen wir das auch wieder hin. Dann werde ich jetzt mal die Bauteile durchgehen. Da, wo es Sinn macht, die ICs und so weiter mal austauschen. Viele sind ja auch wirklich nur Cent-Bauteile, da macht das nichts aus. Also zum Beispiel diese ganzen Buffer, die werden wir auf jeden Fall neu machen. Und dann mal Stück für Stück da dementsprechend durcharbeiten. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Wir haben ja festgestellt, dass diese beiden Buffer-ICs hier auch kaputt gegangen sind. Die können ja entweder hier durch einen kaputten MOSFET über Skate dann dementsprechend zerstört werden. Oder über die Versorgungsspannung, was natürlich unsere Hypothese dementsprechend noch untermauert. Die sind hier entkoppelt über Dioden von der Versorgungsspannung. Und da natürlich hier beide kaputt sind und ich hier vorne erstmal keine weiteren Defekte in den Leistungsstufen sehen kann, ist es sehr wahrscheinlich, dass alles von hinten dementsprechend auf der Versorgungsspannung her zerstört wurde. Ich glaube, wir können jetzt relativ genau sagen, was passiert ist. Das wird auf jeden Fall noch spannend. Ja, diese eine Todzeit da im Strom, die irritiert mich ein bisschen. Ich gucke mir den Einphasenstrom an. Das könnte schon sein, fände ich aber komisch. Okay, drei, zwei, eins. Es gab keinen Funk. Ah, das hört sich doch viel besser an. Es ist nun einige Zeit später. Ich vermute aber, wird es an der Platine kaum erkennen. Aber es ist viel passiert. Die anfängliche Vermutung hat sich soweit, naja, bewahrheitet. Das Problem ist nur, dass durch diesen Überschlag der Brückenspannung auf die 10-Volt-Schiene jeder einzelne IC dieser Platine kaputt gegangen ist. Wirklich ausnahmslos. Die sind alle neu hier. Zum Glück sind es Standardbauteile bis auf einen Linmos-Komparator. Den habe ich durch einen bipolaren ausgetauscht. Das ist hier schaltungstechnisch soweit kein Problem. Aber wirklich, hier war wirklich jeder IC. Alles, was komplizierter ist wie eine Diode oder ein Transistor, ist kaputt. Auch der Linearregler am Eingang, der LM317, ist kaputt. Ja, also wirklich, jeder einzelne IC musste neu. Das ist zwar ein absoluter Totalschaden, aber, naja, damit muss man arbeiten. Sie funktioniert jetzt immer noch nicht ganz richtig. Das werde ich euch auch gleich zeigen. Beim ersten Test ist auch aufgefallen, dass eine Phase noch irgendwie etwas komisch schaltet. Ja, da war hier dann noch ein Leistungstransistor kaputt. Da war das Gate durch. Da hatten wir 90 Ohm oder sowas. Der ist jetzt auch ausgetauscht. Und die Phase funktioniert jetzt auch wieder. Für Endos Amarandi im Ehring sind auch ein paar kleine Malheurs passiert. Nämlich dieser Kondensator, der direkt auf der Versorgungsspannung sitzt. Der war auch verkehrt herum eingebaut. Zum Glück war er elektrisch nicht angeschlossen. Sonst hätte man da auch ein bisschen Rauch gehabt. Und ein paar Vias hier unten, die zuständig sind für ein paar LEDs hier. Deswegen hat die auch die gelbe oder orangene Hochlauf-LED nicht funktioniert. Den Kondensator habe ich jetzt wieder richtig eingebaut. Habe mal versucht, die Pads wieder etwas herzustellen. Aber der ist soweit wieder eingebaut. Nun zu dem aktuellen Ist-Zustand. Wenn ich euch hier gerade mal kurz zeige, wie das aussieht, wenn ich jetzt die Pumpe starte. So, die läuft dann jetzt an. Sie fängt an zu drehen, aber irgendwann stagniert die Drehzahl. Da geht es dann nicht weiter. Das hört sich auch ein bisschen komisch an. Auf jeden Fall ist da was mit der Regelung nicht okay. Aber es geht schon mal in die richtige Richtung. Also irgendwie läuft sie nicht sauber hoch. Da stimmt auf jeden Fall was mit der Regelung noch nicht. Aber was soll denn jetzt an der Platine hier denn noch kaputt sein? Wir haben jeden einzelnen EC getauscht. Natürlich könnte jetzt noch irgendein Widerstand oder Diode oder vielleicht sogar ein Kondensator kaputt sein. Halte ich aber erstmal für unwahrscheinlich. Auch habe ich da jetzt keine Indikationen für gesehen. Also was kann jetzt eigentlich hier stimmen? Wir haben doch alles ausgetauscht. Und dann habe ich mal ein bisschen rumgemessen und mal ein bisschen überlegt. Und jetzt verstehe ich die Schaltung schon deutlich, deutlich besser, was jetzt hier jeder einzelne Teil hier macht. Und da habe ich jetzt eine kleine Erkenntnis. Und das zeige ich euch jetzt gleich, wie ich da drauf gekommen bin. Also schauen wir uns hier mal den Schaltbein an. Nochmal zur Erwähnung. Der ist nicht ganz 100% exakt gleich, aber er passt doch sehr, sehr gut an vielen Stellen. An dieser Stelle haben wir eine Phase der Pumpe. An dieser Stelle wird über zwei Widerstände ein Gleichstrom eingespeist von der 10 Volt Versorgung. Und hier oben wird gemessen. Da sind zwei hochohummige 150K Widerstände dran und die gehen hier auf zwei Op-Ams. Der eine Verstärker macht die Geschwindigkeitsmessung und der andere ist für die Temperaturmessung zuständig. Wie die Temperatur gemessen wird, das geschieht über den Innenwiderstand der Wicklungen. Der ändert sich natürlich mit steigender Temperatur und das wird dann hier über den Gleichspannungsanteil erfasst. Deswegen wird die Pumpe auch immer periodisch abgeschallen, um eben diese Telemetriedaten zu ermitteln. Eben auch die Drehzahl. Ihr könnt schon sehen, durch die EMK kriegen wir dann natürlich eine Sinusüberlagerung drauf und diese können wir messen. Da haben wir hier dann eben diesen zweiten Komparator dran, der hier das mit einer Referenzspannung eben wie 650 Millivolt vergleicht und dann hier hinten ein Rechtecksignal ausgibt. Das geht dann auf, in dem Fall hier auf eine zweite Platine, hier ist das ja alles auf einer drauf, zur Geschwindigkeitsmessung hier weiter und hier wird diese Geschwindigkeit in einen Strom umgewandelt, über den Einmelder oben hier auf dem Kondensator in diesen Op-Ams hinten rein. Und hier haben wir einen ganz einfachen 555-Timer. Signal kommt hier vorne an als Rechteck, seht ihr hier es auch als Messpunkt. Geht durch den niedrigen Kondensator oder den kleinen Kondensator, das heißt, die haben wir nachher nur durch Stöße, die können wir auch messen und die gehen dann hier in den Timer rein, ja, dementsprechend Pin 2, also in einen Komparator. Was ich sehen kann, ist auf jeden Fall, dass der Timer arbeitet, ja, ich sehe hier an Pin 7, dass der Discharge auf jeden Fall funktioniert, das sehe ich, aber hier am Ausgang, wo jetzt hier eigentlich dieses Rechteck sein sollte, habe ich überhaupt gar nichts, ja, ist Null. Also was könnte es jetzt sein, das könnte es sein, dass der Timer hier ein Problem macht, dass dieser Analog-Switch hier ein Problem macht, müssen wir uns das anschauen. Schauen wir uns mal kurz mit dem OSSI ein bisschen die Signale an, dann habt ihr die auch mal gesehen, was ich da so beobachtet habe. Und nochmal ganz wichtig, diese Schaltung wird mit Netzspannung betrieben, das ist sehr gefährlich, da muss man wirklich aufpassen, vor allem wenn man Messungen durchführt, ja, wo man das OSSI anschließt, da gibt es viele Vorkehrungen und Dinge, die man beachten muss. Hier gibt es auch keine signifikante galvanische Trennung, das ist wirklich hier auf Netzpotenzial, da muss man da wirklich aufpassen. Dann schauen wir uns jetzt mal die Messungen an. Ich habe hier vier Tastköpfe dran, einmal am Eingangssignal, nach dem Koppelkondensator, einmal hier an der Zeitkonstante und dann nochmal am Ausgang direkt. Jetzt können wir das hier am OSSI auch schon sehen, wir haben hier die drei Signale, Eingangssignal nach dem C und die Konstante und ihr seht am Ausgang ist überhaupt gar nichts. Da können wir uns das mal ein bisschen genauer anschauen, wenn wir hier mal ein bisschen reinzoomen, dann sehen wir auch, wenn wir mal ganz rein, da seht ihr auch hier den Puls nach dem Kondensator, der ist natürlich sehr, sehr kurz, ja, durch die kleine Kapazität und der löst dann den Timer aus und ihr könnt auch sehen, die Spannung am Kondensator läuft es dann dementsprechend eh funktionsmäßig hoch. Das kann man dann hier über diesen Potentiometer einstellen, da seht ihr Pulswift, das ist effektiv nachher die Pulsweite, die hier erzeugt werden soll und ihr seht hier, die sollte 500 Mikrosekunden sein und wenn wir hier hinschauen, wir haben hier 200 Mikrosekunden pro Kästchen, naja, reicht nicht ganz, müsste jetzt bis hier vorne sein, aber das kommt so ungefähr hin. Aber was ganz interessant zu beobachten ist, ihr seht hier diesen Abschnitt, das ist ja dieser Pin 7, ja, das ist dieser Discharge-Pin, da ist ein MOSFET drin, der das dann dementsprechend entlädt. Wenn wir uns mal das Blockschaltbild anschauen von diesem Timer, dann seht ihr das auch und was dann eben komisch ist, ja, wenn dieser Discharge-Transistor aktiviert wird, dann muss auch am Ausgang was passieren, ja, wir sehen hier am Ausgang ja definitiv überhaupt gar nichts, ja, hier beim Türkisen, da ist nichts los, da müsste hier auf jeden Fall der Puls wieder umschlagen, aber es passiert nichts, also ganz komisch. Jetzt kann das natürlich jetzt Ursachen haben, ja, vielleicht ist ja hier irgendwas mit dem Timer kaputt oder wir haben hier einen Kurzschluss und dann nehmen wir uns einfach mal ein Multimeter und wenn wir da mal kurz mal oben technisch nachmessen, dann stellen wir fest, hier haben wir Masse und das ist der Test-Pin von diesem Signal und da haben wir 1,1 oben, ja, das ist effektiv fast ein absoluter Kurzschluss. Natürlich, das könnte jetzt eine Lötbrücke sein, ich habe es mir mal ganz genau angeschaut. Nächste Möglichkeit, die man machen kann, man lötet jetzt hier oben, ist dieser Analog-Switch drin und der Timer, der sitzt hier unten, dass man einfach eins der Bauteile auslötet und schaut, ob der Kurzschluss weggeht. Ich habe es mir ein bisschen einfacher gemacht, ich habe hier einfach ein paar 100mA Strom eingespeist, bei solchem niedrigen Kurzschluss braucht man da nicht viel und habe einfach mal geschaut, welcher IC warm wird und ja, dieser Timer wird warm, der ist irgendwie kaputt. Wie der kaputt gegangen sein kann, kann ich mir aktuell nicht erklären, weil der hat eigentlich keine Signale, die ihn unbedingt direkt zerstören können, ja, hier sind wir sehr hochohmig angekoppelt, der oben hat auch die 10V, der wäre dann mehr kaputt gegangen, aber ist jetzt auch nicht weiter tragisch, dann tauschen wir den mal aus und dann schauen wir mal, ob dann die Schlupfregelung wieder funktioniert. Dann probieren wir es jetzt mal, ich habe den IC getauscht, der Tastkopf sitzt am Ausgang, das heißt, wir sollten gleich sehen, ob es funktioniert und dann schalte ich mal ein, dann schauen wir mal, ob wir im Dunkeln sitzen, Ostsee läuft, dann probieren wir das mal. Also, ich schalte jetzt mal ein, ich sehe schon mal einen Puls, ich sehe auf jeden Fall was, gehört irgendwas? Es wird mal schneller. Ich schalte es trotzdem ab und überwache mal die Temperatur. Hört sich immer noch etwas komisch an, leider weiß ich nicht, wie es sich anhören sollte, aber das hört sich ein bisschen komisch an, aber wir verdrehen es mal ein bisschen, deutlich schneller. Jetzt können wir auf jeden Fall mal weitersuchen. Ich habe auch schon den Fehler gefunden für das etwas merkwürdige Hochlaufen, erinnert euch, dass wir festgestellt haben, dass hier der Puls aus der Drehzahlwandlung nicht ganz richtig war, ja, der sollte hier 500 Mikrosekunden betragen und wir haben festgestellt, dass er ein bisschen kleiner ist. Hier im Bild seht ihr die weiße Ursprungsfunktion, da sind wir irgendwo bei 440 Mikrosekunden. Dafür gibt es hier einen kleinen Trimmer, das ist dieser hier, da kann man das einfach nachstellen. Ich habe das hier über den Netzteil versorgt, da muss ich das nicht unter Netzspannung machen und jetzt stimmt hier auch wieder die Pulsweite überein und es läuft auch, naja, soweit mal sauber hoch. Also, wir kommen auf die Enddrehzahl, die ist auch ein bisschen zu niedrig, die ist irgendwo so bei, naja, 1 KHz rum, die muss nochmal ein bisschen nachgestellt werden, aber wie gesagt, das ist auch klar, wir haben hier viele Sachen ausgetauscht. Das ist auch wahrscheinlich der Grund, weshalb die Pulsweite hier nicht mehr stimmt, da hier auch sehr kleine Kapazitäten verwendet werden, zwar eine gemeinsame Referenzspannung, aber dennoch durch das Tauschen von dem IC können sich diese Schwellen hier ein bisschen verschieben und die Kapazitäten und dann kann schon mal passieren, dass so ein Puls hier ein bisschen abweicht. Nochmal etwas im Detail, bevor ich mir die Pulsweite nochmal angeschaut habe, habe ich erstmal diesen ganzen Regler hier mir unter die Lupe genommen, ob hier alles funktioniert, ob hier diese Stromwandlung funktioniert, ob der Stupfregler passt und das hat eigentlich alles soweit sauber funktioniert und da habe ich mir gedacht, naja, vielleicht ist die Drehzahlmessung noch nicht ganz korrekt, ja, weil ich habe gesehen, dass diese Stromquelle hier arbeitet, aber der Hub war ein bisschen klein und dann bin ich nochmal hier zurück und habe mir gedacht, naja, klar, wenn die Pulsweite natürlich hier nicht stimmt, dann stimmt der Grundoffset nicht und dann funktioniert das natürlich mit der Regelung nachher nicht. Und die Vermutung hat sich ja zumindest mal als wahr herausgestellt. Was mir noch ein bisschen aufgefallen ist, dass hier die eine Highside noch ein bisschen arg warm wird, also das müssen wir uns auf jeden Fall auch noch anschauen. Den Wasfett haben wir ja schon ausgetauscht, also da kann noch ein wenig was nicht okay sein. Ist aber auch klar, hier hatten wir natürlich auch den Überschlag, da kann auf jeden Fall noch was kaputt sein. Gut, ihr wollt sicher mal hören, wie es jetzt mal anläuft, dann schalten wir mal ein. Und los. Das sind die grüne Lampe. Hochlauf. Braucht am Anfang mal ein bisschen. Aber wir sehen deutlich oder hören deutlich, die Frequenz steigt. Das sind wir fast auf Enddrehzahl schon, das geht relativ schnell. Lautstärke nimmt natürlich auch ab. Lager hören sich soweit auch gut an. Und jetzt haben wir Enddrehzahl erreicht. Naja, das ist jetzt okay, man hört nur so ein bisschen Interferenz. Aber wie gesagt, der eine Mosfett, der wird mir noch ein bisschen zu warm. Ich habe jetzt auch die Stromversorgung noch nicht genau angeschaut, ob wir ja auch einen höheren Stromverbrauch haben. Ich gehe mal davon aus. Aber das ist schon mal ein gutes Zeichen. Also die Steuerung scheint mal soweit wieder am Leben zu sein. Und jetzt läuft es ja natürlich ewig aus. Das sieht jetzt etwas wild aus, aber ich bin schon wieder ein bisschen weiter gekommen. Ich habe mir so ein paar Sachen angeschaut. Was mir aufgefallen ist, dass diese eine Induktivität hier am Ausgangsfilter deutlich kälter wird als die anderen zwei. Also hier stimmt definitiv was mit der Phase nicht. Und auch die Heißheit wird deutlich heißer als die Low-Side. Da reden wir von hier von größer 10 Grad. Das ist schon sehr signifikant. Also habe ich mich dran gemacht, hier ein paar Sachen zu messen. Ich habe hier relativ lange Leitungen dran. Da muss man natürlich aufpassen, gerade auch auf der Heißheit. Germanische Trennung, also da muss man auf jeden Fall sehr, sehr sorgfältig sein, dass man nichts kaputt macht. Natürlich bringt so ein Tastkopf auch dementsprechend Kapazität mit. Also selbst wenn man isoliert auf der Heißheit misst, belastet man natürlich diesen Kreiskapazität. Da soll man immer schauen, dass man gerade auch das Ground auf sehr niederimpedante Knoten bringt, damit das auf jeden Fall nicht stört. Das geht jetzt hier relativ einfach. Und da ist mir ein bisschen was aufgefallen. Nämlich hier unten der Phasenstrom, der hier quer durchfließt, der ist etwas groß. Wenn wir an Schallbahn schauen, also ich sehe hier einen relativ großen Querstrom, der hier durchgeht. Und wenn ich mir hier mal das Gatesignal anschaue, da seht ihr jetzt hier schon, naja, da haben wir irgendwelche Schallpulse, wo der eigentlich hier oben aus sein sollte. Die wechseln sich ab, der Puls hier unten und dann Puls der obere. Und das passiert dann dementsprechend abwechselnd auf den Phasen. Und in der Zwischenzeit muss der hier oben aus sein. Sonst kriegen wir hier einen riesen Querstrom, also einen Durchschlag durch die Brücke. Und das ist auch der Grund, weshalb wir so einen großen Stromverbrauch haben. Wir haben überall natürlich Overcurrent Protection drin. Und die schaltet dann natürlich dementsprechend ab. Das erklärt auch den erhöhten Stromverbrauch und warum dieser eigene Eingangswiderstand, dieser Zementwiderstand im Hintergrund auch so sehr heiß wird. Da habe ich natürlich geschaut, ob das vielleicht die Ansteuerung ist. Und ich schaue hier auf die Ansteuerungssignale und die sind sauber, ja, für die Gates. Die haben keine solche Schallpeaks drin. Aber wenn ich hier am Ausgang schaue, habe ich sie. Da habe ich mal den Taskaufee auf den Eingang gehängt. Und weil ich den natürlich dann kapazitiv belaste, kann ich da ein bisschen was in der Schaltung beeinflussen. Und plötzlich sind die Signale weg. Das Geräusch ändert sich, es läuft viel runder, würde man sagen. Also wir haben hier auf jeden Fall irgendein Problem. Das kann durch das Cutter sein, aber es ist auch sehr wahrscheinlich, dass hier vorne was kaputt ist. Wie ich auch schon erwähnt habe, wir haben hier diesen Überschlag gehabt. Der Strom kann ja entweder durch den Kondensator oder auch durch diese Dioden hindurch gehen. Die könnten natürlich jetzt auch dementsprechend einen Schlag haben und hier dementsprechend Probleme verursachen. Wie ihr schon gesehen habt, die Kopplung ist hier sehr klein. Wir reden hier von 220 Pico-Fahrrad, da können kleinste Änderungen schon großen Einfluss haben. Also dann schaue ich mir den Schaltkreis hier oben mal etwas genauer an. Und dann sollten wir herausfinden, warum wir hier sporadisch irgendwelche Schaltvorgänge bekommen. Nochmal wichtig, wenn ihr an sowas herum misst, galvanische Trennung ist sehr, sehr wichtig. Und auch hier diese ganz losen Änder kann man ganz einfach irgendwelche Kurzschlüsse verursachen. Da muss man auf jeden Fall höllisch aufpassen. Und wenn man natürlich jetzt hier sehr scharfe Flanken und so weiter beobachten will, sind natürlich diese langen Leitungen absolut ungeeignet. Aber hier zum Testen und zum ersten Mal ein Gefühl zu kriegen, was passiert eigentlich, ist das schnell mal okay. Und es geht halt deutlich schneller, als jetzt hier zu versuchen, direkt Anschlüsse zu machen. Hier auch mal die Steuersignale direkt auf den Gate-Transformator und für die Low-Side direkt aus der Logik. Und ihr könnt sehen, dass die hier für beide MOSFETs sauber sind. Da haben wir keine Störpeaks dementsprechend drauf. Ich habe den Fehler noch gefunden. Auf der High-Side war der Inverter kaputt. Den habe ich jetzt noch recyceln müssen. Aber jetzt funktioniert es auch wieder und es hört sich nicht mehr so komisch beim Hochlaufen an. Und wir haben keinen Durchschlag mehr in der Brücke. Vielmehr gibt es jetzt auch nichts mehr zu sagen. Ich kann ja mal einschalten und könnt ihr mal zuhören, wie es sich denn jetzt anhört. Jetzt haben wir Netzspannung. Und wie ihr seht, wir haben schon das Hochlauflicht. Da hört man es jetzt schon ein bisschen. Das ist ganz normal. Das Puls, das kennen wir jetzt ja schon. Jetzt erhöht sie langsam die Drehzahl. Da hört es vielleicht ein bisschen schlecht. Es wird jetzt auch nichts mehr, sag ich mal, exzessiv heiß. Ja, wir sehen hinten die Kondensatoren von den Filtern. Die kriegen ganz schön den RMS-Strom ab, aber das scheint soweit nominell zu sein. Auch der Serienwiderstand in der Versorgung wird dementsprechend warm. Ihr seht im Hintergrund hier noch den Baristor ein bisschen leuchten. Und hier unten ist der Linearregler, der natürlich auch ein bisschen warm wird. Ja, die Drehzahl erhöht sich weiter. Ihr seht auch jetzt, in der Drei-Phasen-Brücke wird jetzt nichts irgendwo extrem heiß. Wir sehen, die hinteren sind ein bisschen wärmer, aber der Unterschied ist so minimal. Die Drehzahl steigt weiter. Ihr hört auch, das Geräusch ist deutlich angenehmer als zuvor. Auch der Hauptstromverbrauch passt sehr gut. Jetzt weiß ich bloß nicht, ob wir noch warten, bis wir auf Enddrehzahl sind. Die Vorpumpe läuft gerade nicht, aber es ist im Vakuum, also keine Angst. Was ich denn noch alles justiert habe, vielleicht, ja wir haben ja alle ICs ausgetauscht und den MOSFET und die Kondensatoren wurden ja zum Teil vom Eric schon gewechselt. Was ich noch eingestellt habe, ist die Pulsweite von der Drehzahlmessung und die Enddrehzahl, die war auch deutlich falsch eingestellt. So, jetzt müssen wir ja fast bald da sein. Wir müssen sie auch dann demnächst umschalten, wenn eine hinreichend hohe Drehzahl erreicht hat. Jetzt haben wir den Punkt erreicht. Die Drehzahl hört sich natürlich noch weiter bis zur Enddrehzahl. Das ist eigentlich soweit mit der Reparatur, das müssen wir jetzt wieder zusammenbauen und dann kann sich der Eric über eine, naja, fast komplett neu aufgebaute Pumpe freuen. Die Temperaturen stabilisieren sich auch jetzt sehr gut. Gut, dann schaltet mal wieder aus. Euch interessiert es doch bestimmt, wie es von innen aussieht. Also, schauen wir mal rein. Aber pssst, sagt Eric nichts. Nach dem Entnehmen der vier Schrauben können wir das hier sehr leicht auseinandernehmen. Da ist nur eine kleine Gummidichtung drin. Und was kommt zum Vorschein? Unsere Asynchronmaschine. Also hier haben wir unseren Rotor, da seht ihr auch den Kurzschlussläufer. Dementsprechend hier sogar relativ stark gewinkelt, ja, das ist für einen Anlaufmodus. Moment und so weiter für den Anlaufstrom. Auch ausgewuchtet hier oben. Das ist natürlich sehr leichtgängig, wie ich das hier mal anschubse, wie man es erwarten würde. Die Drehzahlen sind ja hier sehr hoch, ja, da reden wir von 72.000 Umdrehungen pro Minute. Und hier haben wir die Stato-Wicklung, ja, vergossen. Relativ harter Verguss. Aber wenn wir das uns mal anschauen, naja, lunkerfrei ist dieser Verguss nicht. Das ist ja so irgendwie ein bisschen nicht so ganz optimal. Ja, da haben wir überall so Einschlüsse, die dann da dementsprechend sind. Aber naja, das ist halt, wenn man keinen Vakuum-Verguss macht oder so, dann kriegt man das. Auch interessant hier direkt mit der Schraube hier für die Anbindung des Aluminiums. Interessant hier, es muss irgendein Vergussstück abgebrochen sein. Ich hoffe, dass das schon von Anfang an so ist, weil wenn das natürlich hier reinfällt, wir sehen jetzt hier die Statorblätter, ja, die Rotorblätter, die verbirgen sich immer abwechselnd. Das ist natürlich blöd, wenn sowas hier reinfällt, ja, also das ist natürlich nicht so optimal. Gut, das müsste jetzt hier auch noch auseinander kommen. Das ist natürlich auch nochmal eine Dichtung. Das werde ich jetzt mal vorsichtig auseinanderziehen. So, ich habe das jetzt erstmal so aufgemacht, da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, würde ich euch nicht empfehlen, einfach solche Puppen auseinanderzubauen. Da kann man viel kaputt machen. Und hier seht ihr diese Statorblätter, ja, die sind hier einfach lose drin. Das ist ein ganzer Stapel hier drin. Und hier seht ihr die Rotorblätter. Und ihr seht auch, die sehen jetzt nicht aus wie aus einer normalen Turbine. Die sind jetzt nicht so aerodynamisch geformt. Das ist auch nicht deren Aufgabe. Da geht es halt darum, dass man hier dementsprechend Impulse auf diese Moleküle dementsprechend übergibt, damit die hier runter reflektiert werden, gestreut. Also so sieht das aus. Das ist jetzt natürlich hier alles ein bisschen lose hier drin. Da muss man ein wenig aufpassen. Und hier haben wir unser Hauptlager. An der Seite sieht das so ein bisschen, dass sich hier dann dreht. Das muss man natürlich auch dementsprechend sauber halten. Ich baue es jetzt auch gar nicht weiter auseinander. Keine Angst. Und das ist dann hier als ganzes Paket hier drin. Da gibt es, bei jeder Pumpe ist das manchmal ein bisschen anders, wie das so auseinanderzubauen ist. Ich wollte jetzt hier nicht zu viel Aufwand betreiben. Aber das denke ich mal ganz interessant. Sieht jetzt auch nicht weiter aus. Da haben wir dann dementsprechend diese Stufen weiter. Es gibt dann noch Pumpen, die haben dann, das nennt sich eine Hohlwegstufe. Das ist vom Prinzip her eine Stufe, die noch unten angebaut ist. Dadurch erreicht man, dass man mit einem noch höheren Vordruck arbeiten kann. Das heißt, man braucht keine so gute Vorpumpe. Das ist einfach, wird durch die Mitnahme von Molekülen, ja, durch Viskosität wird dort dann dementsprechend gepumpt. Könnt ihr euch selber mal anschauen, wie das so funktioniert. Man könnte sich jetzt noch stundenlang weiter über Design-Details und wie das alles genau funktioniert. Drehzahl, Impuls, Vakuumdrücke, Varei, Wegelängen. Das geht bis ins Unendliche. Aber das soll es mal so weit sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und war interessant. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Weiß ich nicht, ich hatte mich jetzt nicht so überzeugt, aber...